ARD Text im Auftrag von Funk Was ist da drin? Oh, ein Geld-Coin-Stück Warte mit Asher sendet mir diese Coin, um ihn zu erinnern Was ein wunderschönes Platz, Essos Wo ist Asher? Ethan hat das für mich Wieso redet sie mit sich selbst? Na, dann schauen wir mal das an Es war sehr nett, Frau Marjorie, das zu mir zu geben Das sind Das sind Steve Weird Weird Ich nicht Dieser Mädchen-Kram So Wir schauen mal The Dusty Wunders made by man By Lomas Longstrider A gift from Roderick Cool, nicht lesen Lieber Party saufen I hope to see them all someday Wieso seid ihr alle so scheiße traurig King's Landing I wonder if it's sunny at Ironrath today Das frage ich mich Oh, ein Brief Wetter Frau Musa Oh man Diese ganzen Briefe Ich muss mich sogar fragen, dass du das von dir gefragt hast Aber du musst an die Frau Marjorie Intervenen auf unserer behalf Sie ist unsere beste Hoffnung Und kann ein körperlicher Alli sein Besonders jetzt, wenn deine Familie so schwer braucht ihr Hilfe Also muss ich Arschküssen gehen Komm rein Und sich aufmachen Auch nicht auf Ich dachte Okay, das war jetzt Leertaste Ja, ich komme ja, du Arsch Oh, sorry, Milady Ich wollte dich nicht disturbieren Ich kann später zurück, wenn du leidst Du bist klein und dreckig Was willst du hier? Nein, es ist okay Komm rein Was willst du? Oh 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 Ich begebe deine Entschuldigung, Frau Marjorie Aber bist du okay? Ja, mir geht's gut Stell keine Fragen Du hast mich nicht gefragt Du siehst ziemlich schade Ich bin okay Danke Of course, Milady Please hurry if you can Lady Marjorie will be here any minute Of course, Milady Wie die nämlich Kannst du noch meine Ich bin vielleicht falsch Aber es scheint, wie du Es ist großartig Ich arbeite für Lady Marjorie Kannst du noch meine Achselhaare rasieren, bitte? Ich habe da so einen Popel in der Nase Königin Oh nein, 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 nein Kannst du es mir bitte sagen? People don't tend to notice a cowboy Not in King's Landing With so many lords and ladies about You see and hear all sorts of things When people don't even know you're there Good night, Milady Tschüss Danke fürs Vorbeikommen Hallo Lady Marjorie Kannst du mir dann helfen? You must understand there are limits to what I can say Especially here in King's Landing Now that I am to be Queen To have a handmaiden from the north Whose family fought for Robb Stark It raises questions at a time I can least afford Cersei herself cornered me this morning outside the royal sept Oh yeah She mentioned the northern girl in my service Has she painted you a traitor? What? She was very pleased with herself I'm not a traitor Of course not It's only an excuse to torment you And by extension She demands an audience She wants an apology of some sort For what? I don't know But she's waiting for us now And I promised I would bring you to her Okay I wouldn't ask this of you if it were not important I cannot afford any conflict with Cersei with the wedding so near I cannot apologize, my lady I'm not a traitor I know you're not But you must find a way to appease her Scheiße Humor her Tell her what she wants to hear I want to drücken, was ich Oh, ich hab's falsch gedrückt Ich hab's falsch gedrückt Ich hab's falsch gedrückt Du bist gut, ich weiß, dass du gut Du magst eine Sache fühlen, aber du musst eine andere sagen Good luck Oh, werd ich jetzt vom König Ich werd mich auch entkleiden und entblößen und mit einer Armbrust bedrohen Oh, mir wird sogar aufgemacht You can do this Ah, da stehen ja nur zwei Nein, da stehen ja nur weitere Ich will mich vergewaltigen Kann's auch schneller laufen Ach, komm schon Ah, Lady Marjorie Aren't you looking lovely this evening Lord Tyrion Your Grace Ich darf nichts falsches machen Your Grace The girl knows her courtesies Impressive You may rise Danke House Forrester is a northern house Loyal to the king Are they? I beg your pardon, Your Grace I wasn't talking to you I want to hear from the girl Is your family loyal to the king? Perhaps you should ask the new lord Forrester He's not here, is he? She is Yes, Your Grace To the one true king Was? Ich hab nichts Ich hab nichts falsches gesagt Ich hab doch nichts falsches gesagt Ich hab nichts falsches gesagt The Starks were your liege lord Yet you named them traitors so easily Nooo Is it any wonder you were so impertinent to ask Which king deserves your loyalty If you have any loyalty at all Ah Is your house willing to swear fealty to your new liege lord, Roose Bolton? Yes, Your Grace Absolutely I see Despite the fact, Roose Bolton allied with Walder Frey If it was me, I'd find it difficult to so quickly forgive the men who killed my father Mein Gott Old allegiances are not easily abandoned But now that the war is over, we must look to rebuild and forge new alliances Oh, die fresse, du dumme Schlampe There are ships and shields to be built and Joffrey will need a steady supply of ironwood for his armies I'm told there are others who would happily serve that purpose But I trust we can rely on House Forrester Forrester Ironwood does seem rather unique Yes, Your Grace It would be a shame to see it fall into the hands of another house I imagine you'd do almost anything to prevent that from happening, wouldn't you? Ask any Lannister and they'd do whatever was necessary to save Casterly Rock It would be unfortunate to see another house lay claim to what's yours Yes, Your Grace I would do anything I see What would you have the girl do, Cersei? It's not as if she fought beside the Starks, wielding a battle axe for the Northern Army Mm-hmm It raises an interesting question, I suppose Can we truly blame those who end up on the wrong side of the war? Our dear Margaery here was betrothed to Renia Baratheon on the false assumption that he would one day rule the Seven Kingdoms Can we fault her for her mistake? Should she be held accountable? She was just following her heart, Your Grace And the very same heart so quickly led her to my son If there's a point to this, I hope you find it quickly Loyalty can be such a hard thing to define Wieso gebe ich die falschen Antworten? Halt deine Schnauze You are a girl from the North, here in service to Lady Margaery One can only assume her interests are yours Yet loyalty to a king, that must be absolute, beyond question And if your loyalties were to become conflicted between your king and the very person whom you serve What would you do then? I'm sure she would... Let the girl answer the question Go on I would be true to the king, Your Grace Well said I was beginning to worry, you didn't have your priorities straight She is a threat to the crown, isn't she? The most dangerous handmaiden in all of Kings Landing My sense is this girl will say almost anything to get what she wants I have wieder das falsche gedrückt Which is not very encouraging Oh, Leute I would like a word with you, if I may Of course, Your Grace I have the falsche gedrückt Scheiße I'll walk you out This may come as a surprise, but I met your father once At the tourney at Lannisport Even then he didn't trust Ruse Bolton We only spoke briefly, but your father struck me as an honorable man Thank you You have my condolences for his loss These would be trying times for your family, even under the best of circumstances Thank you, Lord Tyrion That's very kind of you to say That certainly took courage To so publicly declare your loyalty to Joffrey for all to hear Poor Lady Marjorie was humiliated Although Cersei seemed quite pleased It was quite the first impression I, of course, found it all highly entertaining No doubt Lady Marjorie will forgive you Eventually My sister and I have our differences She takes great pleasure in her little charades I take mine in thwarting them We must find our amusements where we can She threatened to give your ironwood to another house It is the master of coin who decides such matters The crown needs boats Boats need wood And I speak for the crown in this regard Not her You can help my family I suppose the crown could be persuaded to secure ironwood from House Forrester Lady Marjorie might not look favorably on such an alliance And it would infuriate Cersei Although what would be amusing for me Might prove rather dangerous for you And your house Are you willing to risk that? It may be far too dangerous In fact forget I even suggested such a thing It's a risk I'm willing to take Lord Tyrion Please You are a brave girl, aren't you? No risk, no fun I will nix Now if you'll excuse me I promise Sansa I will join her for dinner tonight Die blöde Three beautiful bottles of Dornish wine await my arrival Thank you for the advice Lord Tyrion Just be careful This is not the north King's Landing can be a nest of vipers to the uninitiated King's Landing can be a nest of vipers to the uninitiated I'll do it Hmm I'll do it I'll do it I'll do it I'll do it With the queen That was my mistake That was my mistake Well Alright Mira, I was worried Hello How was it? It was good Cersei hat einen Weg zu sehen, als ob du nichts bist. Ich würde es lieber nicht diskutieren, wenn du es nicht interessierst. Natürlich nicht. Es muss wohl schrecklich sein. Aber zumindest ist es jetzt vorbei. Können wir jetzt rund machen? Nein, Spaß. Lady Marjorie hat den ganzen Tag den ganzen Tag gearbeitet, auf die Sitzungsarrenzungen für die Festung. Natürlich sind wir und ich sehr nach hinten sitzten. Hier mit den 4. Cousinen und den 9. Söhnen. Ach, Sir Jamie. Ich würde es nicht interessieren, dass dieser Schmuck blöde ist. Sir? Was? Es ist wahr. Und Oberrin Martell, der Red Viper. Ich weiß, dass er eine Paramore hat. Sie werden uns in Probleme bekommen. Wir haben nur ein bisschen Spaß gemacht. Vielleicht Frau Marjorie kann die richtige introduktionen machen. Wer weiß, wir können unsere Zukunft besuchen. Aber ich kann es nur vorstellen, was das wäre. Wir würden es nicht schaffen. Würdest du Joffrey marrieren? Das bedeutet, dass du König geworden bist. Nein. Er hat einen bestimmten Blick über ihn. Und er hat immer Frau Marjorie gut behandelt. Ich will keine Königin sein, egal wer ich habe. Ich will keine Königin sein? Ich will keine Königin sein. Du bist eine perfekte Scepter. Nein. Gut, ich würde ihn marrieren. Imagine die Macht, die du als Königin der 7. Königin. Ich würde dich sagen, meine Handmaiden zu sein. Halt die Schnauze. Mal schauen, wer sonst auswirken? Brienne of Tarth und Terri Moaster. Was ein perfektes Spiel. Sir Bronn und... Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich bin sorry, meine Frau. Ich bin so. Wir sollten nicht mehr verleten. Das ist kein Spiel. Es ist ein Spiel. Alli und Feindungen können mit jeder Bewegung. Aber sie sagen, es ist die Menschen, die sind zu kraft. Die Königin war... Sie haben nur was dazu gesagt. Man scheint nicht. Und sehr böse. Es gibt immer jemanden, die zu bitten. Oder jemanden, die zu spüren. Jaja. Ich glaube, es wird nur schlimmer werden, wenn ich die Königin bin. Die Königin wissen. Die Königin wissen. Die Königin haben keine Wahl, aber dich lieben. Und doch. Ach, das war die richtige Antwort. Du warst immer auf die Bolton zu beobachten. Das kann nicht einfach sein. Ich weiß, dass du Angst hast, was der Lord Bolton mit deiner Familie zu tun könnte. Ich freue mich sehr, dass deine Willen zu beobachten, sie zu beobachten, so schwierig wie es war. Danke, meine Frau. Es ist etwas auf meinem Kopf. Es ist etwas wichtiges. Ich frage, scheiß drauf. Ich... ich hatte einen Weg, um dich zurück zu fragen. Alles, was du sagen möchtest, kannst du es vor Sarah sagen. Es gibt keine Geheimnisse zwischen uns. Es geht um meine Familie. Ich vertraue sie. Nein, nein, nein. Ich gehe da kein Risiko an. Wir gehen auf die Motor Tour. Ich frage mich, meine Frau. Ich würde das nicht von dir fragen, aber meine Mutter hat gesagt. Es geht um meine Familie. Ramsey Snow. Was würdest du mir machen? Meine Mutter hat Angst, dass unsere Familie zu Hause wird, wenn Ramsey zu tun, wie er magst. Sie dachte, wenn eine Raven könnte, um sie zu den Boltonen zu lassen, um sie zu wissen, dass House Forrester die Schutz der Krone hat. Ich weiß, es ist viel zu fragen. Und ich würde sonst nicht, aber... Sie hat gesagt. Mutti ist Mutti. Mutti bleibt Mutti. Mutti ist Mutti und Mutti bleibt Mutti. Ich werde immer in deine Schuld. Ich werde immer in deine Schuld. Meine Familie werde immer in deine Schuld. Ich weiß nicht, Mera. Wenn Cersei sei zu wissen... Ich weiß nicht, Mera. Ich werde nicht die König zu lassen. Du hast den König über ihn, Lady Margaard, als niemand anderes macht. Nicht sogar seine Mutter. Ramsey Snow wird in der Woche nach Ironwrath kommen. Ich würde das niemals fragen, wenn es nicht so urgent wäre. Ja. Bitte helf mir. Ups, Backe. Ja. Danke, meine Frau. Ich werde eine Raven in meine Familie senden. Okay, super. Geil. 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 Hm. Spaß. Spiel wir jetzt einen anderen? Ah, nehm ich ihn da. Okay. Geil. Jetzt haben wir vier gespielt. Jetzt kommen wir zurück zu dem. Aber ich glaube, wir spielen fünf. Wir spielen fünf Charaktere. Ja, da wird jetzt einer gefoltert. Da wird jetzt einer gefoltert. Ah! Ah! Nein! Stop now, please! Stop now! Let's play a little game. Shall we? Bruce Bolton. Did you know, my ancestors wore the skins of their enemies as a coat? Ah! Der hat uns gesehen! Not my best work, unfortunately. Ich glaube, ich habe genug gearbeitet. Aber er hat es nicht einfach gemacht. Was mit all dem... blöden Geräusch? Ha! Wie ein Droning-Kat. Ich dachte, er würde niemals stoppen. Wie mein Vater liebte sagen, ein wütiger Mann hält ein paar Geheimen. Aber ein wütiger Mann, ein wütiger Mann hält nichts. Ich glaube, er nicht wusste, dass dein Vater war der Norden ist. Er macht jetzt. Und jetzt wird er sterben. Oh je. Da ist nix. Da ist nix. Da ist nix. Hörst du das? Ich weiß, ich habe etwas gehört. Oh je. Niemals rennen. Man rennt nicht. Hat er dem eigentlich den Nippel abgeschnitten grad? Hm. Haha. Wie offensichtlich. Oh je. Was ist mit dem passiert? Wir sehen, was mit dem passiert ist. In der nächsten Runde. Nicht Runde. Was laber ich für eine Scheiße. In der nächsten Folge. Bis gleich. Bähst du nicht? Bis zum nächsten Mal. Bye.